Hallo Leute, mein Name ist Julian von Skadea. Wir schauen uns heute den aktuellen Marktstatus an und schauen uns auch die Top-Nachrichten an, die jetzt in der Kryptowelt passiert sind. Wir fangen an mit dem ersten Artikel. Und zwar Elon Musk unterstützt Dogecoin-Handel auf Coinbase. Und Hintergrund dazu ist, dass eine Nutzerin auf Twitter geschrieben hat, denken Sie Coinbase sollte Dogecoin auf ihrer Plattform ermöglichen? Es würde vielen Leuten den leichten Zugang zu Doge ermöglichen. Und Elon Musk hat hier kurz und knapp darauf geantwortet, yes. Und wie wir wissen, hat Elon Musk relativ gute Beziehungen zu Coinbase. Denn die Tesla, also Tesla hat ja 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Und diese 1,5 Milliarden hat man eben über Coinbase abgewickelt. Und ja, viele User hoffen, dass Elon Musk sich da stark machen kann. Ob das was bringt, das weiß man nicht. Aber wir wissen ja, Elon Musk hat in den letzten Wochen den Dogecoin sehr gehypt. Und das hat man dann auch in dem sprunghaften Preisanstieg gesehen durch die Tweets. Mittlerweile ist aber der Dogecoin auch wieder sehr tief gefallen. Und ja, mal schauen, was sich da in Zukunft tut. Und Warner Brothers, NFT-Vorstoß mischt die ganze Branche auf. Und wir haben in den letzten Tagen auch viele Videos dazu gesehen zu NFT. Und wir wissen, NFT sind Non-Fungible Tokens. Das ist jetzt eben nicht so wie bei Bitcoin, wo du einen Bitcoin hast und den kannst du gegen einen anderen Bitcoin tauschen. Und du hast im Endeffekt dann immer noch einen Bitcoin. Bei NFTs ist das so, dass das nicht austauschbare Assets sind, beispielsweise Kunststücke. Und da hat jetzt Warner Brothers ein Problem. Denn viele von deren Zeichnern oder von den Kunstfiguren, die unter der Lizenz von Warner Brothers laufen, die werden auf einigen NFT-Plattformen eben versteigert. Und Warner Brothers geht hier ohne Gewinn raus. Und Warner Brothers möchte jetzt eben einen Teil von diesem Kuchen haben. und sich da eben beteiligen. Und da möchten sie jetzt dann in Zukunft auch ein bisschen den Markt aufmischen. Und da sind eben noch ein paar Lizenzrechtliche Sachen zu klären, bevor das startet. Aber eben mal schauen, was sich da tut. Warner Brothers, wissen wir, ist einer der großen Player in der Unterhaltungsindustrie. Und Hoskinson, das ist jetzt eine Cardano-Meldung. Hoskinson, über 100 Firmen wollen von Ethereum zu Cardano wechseln. Wir haben nämlich ein Bloomberg-Interview, wo er eben gesagt hat, dass, hier habe ich es im Original, dass 100 Firmen, jetzt muss ich gerade herunterscrollen, dass 100 Firmen in der Pipeline sind. Er sagt, Und er sagt auch weiter, Also du kannst hier dein DeFi-Projekt nehmen und es auf der Cardano-Blockchain laufen lassen, zu einem Hundertstel bis zu einem Tausendstel der Kosten, die du auf Ethereum haben würdest. Und das ist natürlich ein großer Anreiz für die Entwickler von den Projekten. Denn man möchte ja ein Projekt haben, das sehr geringe Transaktionsgebühren hat. Denn je höher die Transaktionsgebühren sind, desto weniger Leute wollen das Projekt dann auch nutzen. Desto weniger User wollen das Projekt nutzen. Und eben das wäre eben das Ziel, das Charles hier hat. Und klingt natürlich gut, wenn 100 Projekte in der Pipeline sind. Dann USA, was das neue Helikoptergeld für den Kryptospace bedeutet. Und zwar geht es darum, die dritte Welle der Stimulus-Checks soll die US-Amerikaner mit 400 Milliarden US-Dollar versorgen. Was bedeutet das neue Helikoptergeld für den Kryptospace? Und dieser Artikel besagt eben, dass eben aufgrund der Corona-Unterstützungen die US-Regierung ihr Helikoptergeld an die US-Bürger auszahlt. Zusätzlich bekommen sie durch die Steuererklärungen nochmal bis zu 1400 US-Dollar zurück. Ziel ist es eben, die Bürger durch die Corona-Krise zu begleiten oder halt zu unterstützen, bei den Rechnungen zu begleichen. Nur was man halt nicht gedacht hat, ist, dass die Leute das Geld nicht verwenden, um die Rechnungen zu bezahlen. Hier steht das schön, sondern die Leute zocken damit lieber. Sie geben das Geld oder sie investieren das Geld in Aktien und Krypto. Kann ich verstehen, wenn Leute dann eben sagen, okay, ich gebe diese 2000 US-Dollar lieber in Aktien oder in Krypto. Vielleicht verdoppelt sich das. Dann kann ich verstehen, dass Leute dann nicht widerstehen können. Und was man auch nicht vergessen darf, die Leute haben auch, oder halt viele Leute haben auch weniger Ausgaben. Die fahren halt jetzt nicht nach Mexiko in Urlaub. Die fahren halt nicht nach Südamerika in Urlaub. Und haben so ein bisschen mehr Geld und können das Geld dann eben auch nochmal in den Kryptomarkt pumpen, in den Aktienmarkt pumpen. Und viele vermuten jetzt, dass der Bitcoin-Kurs jetzt auch nochmal ein All-Time-High erreichen kann. BTC Echo schreibt hier, Bitcoin-Kurs mit neuem Rekord. 100.000 US-Dollar im Mai? Und natürlich, das ist jetzt nur eine, ja, also es kann sein, muss nicht sein, aber wenn eben nochmal so viel Kapital in den Markt kommt, dann kann es durchaus sein, dass wir da ein neues All-Time-High bekommen. Es kann aber eben auch komplett in den Keller gehen. Also niemand weiß, wie sich der Bitcoin-Markt entwickeln wird. Und wir haben hier noch eine Meldung von genau einem Jahr. Also genau am 16. März war es so, da war genau dieser Crash, dieser Krypto-Crash. Und BTC Echo hat damals geschrieben, Bitcoin-Kurs Crash auf 3.000 US-Dollar. Wenn man sich jetzt denkt, dass der Bitcoin-Kurs gerade vor ein paar Tagen die 61.000 geknackt hat. Und genau vor einem Jahr hat man die Sorge gehabt, dass der auf die 3.000 fällt. Wahnsinn. Letztes Jahr hatte er ja zu dieser Zeit dann die 4.000 unterschritten. Und man hatte tatsächlich dann die Sorge, dass der nochmal ganz tief runterfällt. Und wir schauen uns jetzt nochmal ganz kurz die Märkte an. Wir haben hier eben den Bitcoin bei US-US-Dollar 55.900. Wie gesagt, der war vor ein paar Tagen auf 61.000, dem neuen All-Time-High. Wir haben Ethereum bei 1.800. Cardano haben wir bei 1.09 Dollar. Und wir schauen uns hier die Top-Gewinner in den letzten 24 Stunden an. Das war Orbs. Das muss man aber relativieren. Die haben halt eine Marktkapitalisierung von 712. Da ist das dann, also 712 Millionen. Da ist das dann nicht so schwer. Wir haben Siacoin mit 40% und NEM, ein sehr bekanntes. Das ist eins von, also Platz 28 mit 14%. Ansonsten, ja, Crypto.com Coin auch bei 10%. Wir schauen uns die Top-Verlierer in den 24 Stunden an. Und zwar der Holocoin mit 23% im Minus. Und auch ChilisCoin mit 12% im Minus. ChilisCoin hat ja die letzten Wochen, ja, die letzten Tage eigentlich richtig aufgeholt. ChilisCoin war vor allem vor drei Monaten in aller Munde der ein oder andere Coinbase, nee, sorry, der ein oder andere Binance-Nutzer hat den wahrscheinlich mitbekommen. Auf Binance gab es nämlich diese Aktionen, okay, du kannst dir jetzt Paris Saint-Germain Coins holen. Du kannst dir Atletico Madrid Coins holen. Und da gab es eigentlich viele Top-Mannschaften, die man sich holen konnte auf dieser Exchange eben. Und man muss sagen, viele Leute haben da sehr viel Geld verloren, aber der Coin hat sich dann echt sehr erholt. Also Leute, wenn ihr hier auf Chilis Coins kauft, ich gehe mal schnell auf die Seite, wenn ihr hier traden wollt, passt auf. Denn wenn ein neuer Coin gelistet wird, ist das meistens so, dass er in den ersten Minuten richtig nach oben schießt. Also wir nehmen jetzt einfach eben das Beispiel von dem Paris Saint-Germain Coin. In den ersten Stunden, sobald er gelistet wird, denn Coinbase, oder sorry, Binance kündigt das natürlich immer an. Okay, wir listen an dem und dem den Coin. Und da ist es halt so, dass die Coins in der ersten Zeit richtig nach oben schießen. Das könnte dieser Zeitpunkt gewesen sein. Wann war das? Das war, ja das könnte hinhauen, im Oktober letzten Jahres. Und da schießt dieser Coin nach oben, schießt aber im gleichen Moment dann wieder runter. Und viele Leute haben da eben dann viel verloren. Ihr seht es hier, nur mehr Rot. Also da aufpassen, wenn Binance dann wieder solche neuen Coins listet. Dann schauen wir uns nochmal den aktuellen Status bei Bitcoin an. Wir haben eine Marktkapitalisierung von einer Billion. Haben hier eben diese Tage auch das All-Time-High geknackt. Sehen wir hier mit 61.711 US-Dollar. Und aktuell erholen wir uns wieder. Mal schauen, wo es hier hingeht. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Marktanalyse an. Aktuell ist es so, dass der Markt eher bearish ist. Und trotzdem haben aber 94% der Leute Gewinne im Bitcoin. Und dann schauen wir uns nochmal Cardano an. Cardano ist aktuell auf Platz 6, haben wir gesehen. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,5 Milliarden. Die Marktkapitalisierung hat sich hier die letzten Tage etwas verringert. Wir sehen uns hier vor ein paar Tagen, am 10.03. war sie auf 37 Milliarden. Ist hier jetzt stetig runtergegangen. Auf jetzt. Der heutige Tag ist noch nicht abgeschlossen. Aber auf jetzt ungefähr 33 Milliarden. Also viele Leute haben hier vermutlich den Pump, als wir das All-Time-High erreicht haben, ausgenutzt, um eben Profite zu machen. Sind jetzt dann wieder rausgegangen, um dann auf andere Projekte zu setzen. Also eben sehr viele Daytrader wahrscheinlich, was sie jetzt dann eben die Prozente woanders holen wollen. Also eben wie gesagt, aktuell sind wir bei 1,9 Cent waren das. Hier. Und ja, hier wäre wichtig, dass wir über dieser 1 Dollar Marke bleiben. Und hier schauen wir uns auch nochmal die Marktanalyse an. Wir haben hier im Vergleich zum Bitcoin, hier sehen wir jetzt nochmal 1,7 Dollar, ja auch eine bearische Marktstimmung. Es ist so, dass im Vergleich, also im direkten Vergleich zu Bitcoin jetzt nur knapp 60% der ADA-Halter aktuell Gewinn gemacht haben. Also im Bitcoin erinnern wir uns, waren es gerade glaube ich 94%. Und aktuell ist der ADA nur mit 0, also minus 0,19% in Korrelation mit Bitcoin. Bedeutet, dass wir jetzt nicht dem Bitcoin folgen. Also bedeutet, wenn Bitcoin rauf geht oder runter, heißt das nicht, dass ADA genau das gleiche macht. Und ja, das war jetzt so eine kurze Status, das war so ein kurzer Statusüberblick. Eben, ich werde das jetzt in Zukunft öfters machen, einfach ein paar Nachrichten durchgehen und dann den aktuellen Markt anschauen. Denn man sollte auch nicht nur den Blick auf Cardano haben, sondern auch was passiert im gesamten Kryptomarkt. Damit man eben auch eine bessere Einschätzung haben kann. Das war's und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.